Heute für euch im Test die Halutrian. 13 Schuss hat die, eine NEM von 320 Gramm, 3 Schuhkaliber und 40 Meter Steighöhe. Und da bin ich mal gespannt. Viel Spaß bei der Zündung. 3 Schuhkaliber und 40 Meter Steighöhe. 3 Schuhkaliber und 40 Meter Steighöhe. 3 Schuhkaliber und 40 Meter Steighöhe. 3 Schuhkaliber und 49 Meter Steighöhe. 3 Schuhkaliber und 40 Meter Steighöhe. 3 Schuhkaliber und 40 Meter Steighöhe. Vielen Dank.